Irgendwo zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen und dem Mann, der einer Legende auf der Spur ist, dem Teufelnageltier. Zwischen der Morgendämmerung und der Finsternis. Irgendwo zwischen dem Friedlichen Schlaf der Träume und dem endlosen Schlaf des Todes. Albträume. Träume, die nicht nur nachts geträumt werden. Albträume. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020